So, eins, zwei, drei, kann man mich sehen? Hört ihr mich? Herr Jensen, Sie kriechen ja gerade so in die Kamera. Lassen Sie mich, ich mach das jetzt alleine. Also, wir wollten euch was sagen. Wir sind am 24.02. äh, wo sind wir noch? Ach so, ja, in nirgendwo. Quatsch, Herr Jensen, nicht in nirgendwo. Wie? Wir sind nicht in nirgendwo, wir sind in Delmenhorst. Das ist ja so gut wie nirgendwo. Nun lassen Sie mich doch mal. Also, Leute, wir kommen mit unserem neuen Programm, äh, wie heißt das noch? Puppentherapie. Mit Puppentherapie. Ja, denn auch Puppen haben Probleme, ich hab auch Probleme, aber das ist, äh, jetzt tut ja nun nix zur Sache. Also, wir kommen am 24.02. in die, äh, wo sind wir noch? In der Diff-Arena, also nirgendwo. Also, das ist in der Diff-Arena. Und falls euch langweilig werden sollte, Onkel bringt noch Nüsse mit. Dann mal viel Spaß, bis zum, wann? 24.02. Nirgendwo. In der Diff-Arena. Na, wenn Sie das meinen. Bis dann, Leute. Schnuckelchen, komm mal her, Onkel hat Nüsse.